Frohe Weihnachten! Wie würden eigentlich Ausländer sich zum Weihnachtsfest beschenken? Ein Schwarzer würde seinem besten Kumpel Mumgulu einen Chicken Wing schenken. Der Pole würde seinem besten Kumpel Lewandowski ein Auto schenken. Der Pole ist wie gesagt wie das Ordnungsamt. Sieht er ein falsch geparktes Auto? Ist es seins? Und es gehört Lewandowski? Ski, 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 Ski. Kurva, mach! Das wird Lewandowski gefallen, ja? Und der Türke. Er verteilt 24 Nackenklatscher zum Weihnachtsfest. Frohe Weihnachten! Dich! Ich werde gerade einen Anklatscher zum Weihnachten geben. Werde ich doch mal. Du musst mein Mann werden. Weißt du, einfach mal dich trauen, wenn ich so werde. Dich! Nein, Mann, Spaß beiseite. Der Türke schenkt natürlich sein Abi etwas Richtiges. Niemals. Das neue Zujuk-iPad Air mit Sonnenblumenantrieb von Mehmet Jobs. Techeke, tere, mabe! Na, pion! Maksana! Na, pion, na? Ha, schichimke, Auri! Und der Araber ist sowas von herzlich. Er würde am liebsten 24 Ich-küsse-deine-Augen verteilen. Walla, ich küsse-deine-Auge! Walla, ich küsse-deine-Auge! Komm mal her, ich küsse-deine-Auge! Was ist los mit dir? Und der Brate aus den Balkern. Natürlich hat er eine fette Karre. Und natürlich schenkt er seinem besten Brate auch eine fette Karre zum Weihnachten. Yo, Brate! Igra, komm mal her! Ja, Brate! Yo, Brate, was ist los? Cool, cool bei dir! Ich hab einen neuen BMW, willst du haben? Oh ja! Als ob ich einen BMW schenke. Stolper mal weiter, bevor ich den Bein stelle. Komm mal! Ja. Ja, hör mal! Mir geht's! Ja, ich schau mal! Vielen Dank.